Es ist ganz dunkel hier. Brauchen wir nicht mehr schlafen gehen. Sonne geht auf. Sonne geht auf, ja. So und da die Sonne jetzt aufgeht, können wir ja jetzt auch wunderbar Schicht machen. Weißt du was wir machen? Also ich kenne sie nicht sehr viel. Wo wir schon zum Oberen geschossen haben. Ist das noch Vorstellungen so? So. Macht sich gut. Jetzt kann man mal gucken wie das gleiche Dörbchen aussieht. Ist ja nur in einem I-House und dem Lebensgebot voll ist und so. So langsam wird das ja, ne? Ja auch schon. So langsam kriegen wir das hier geregelt. Wenn nicht zumindest der Rest ist die Überzeugung. Ich bin mal gespannt, wenn irgend einer hinkriegt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sich diesen Stream komplett anzugucken. Ist das Ende. Ähm. Wenn das noch was sein sollte. Hut ab. Hut ab. In die Kommentare schreiben. Ich habe es überlebt. Und ich bin noch nicht verblöd. Vor allem das Ende. Da muss man ja verdammelweil sterben. Super, ich brauche eine Abmoderation und äh... Der Zack ist nicht da. Natürlich ist er da. Wo denn? Wo hast du dich denn eigentlich versteckt zum Abmoderieren? Erste Etage! Ja doch! Ach er steht da in der Baustelle. Ach Mensch. Wir haben mal Fall von Fail Force. Aber wo sind da eigentlich? Ja natürlich! Grundsätzlich! Grundsätzlich! Da habe ich gesagt so hier, kann man mal gucken was du gemacht musstest. Man sieht so ein bisschen was. Ich sag mal so, wir haben ja nicht gerade wenig gemacht für den ersten Tag hier, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Also für die ersten, äh, lass mal kurz nachrechnen. Drei und zwei für die ersten fünf Stunden. Ein bisschen mehr wie fünf. Jetzt sind wir auch ein schön gut weit gekommen, ja. Gehe ich auch ganz stark mal raus. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Autisches Rumrennen durch die Datings haben wir eine ganze Menge gefunden. Ja, glorreicher Vorteil. Wir waren halt... Glorreicher Vorteil, wir waren zu dritt. Ja, ja, das darf man nicht vergessen, ne? Und, äh... Ja, wie gesagt. Wer es durchgehalten und ein bisschen guckt, der soll es mal in den Kommentar schreiben auf YouTube. Ja, einfach mal was hinterlassen. Ich werde auch alle Teile hochladen. Ich denke, du auch, ne? Ja, ich werde auch alle Teile hochladen von heute. Definitiv. Zwar nicht alles auf einmal, dass die... Aber die werden so nach und nach... werden sie jetzt hochgeladen. Morgen dann der erste Teil und dann... anderthalb Stundenweise der Rest. Über die Tage... Über die Tage verteilt. Das waren daher... Ja, auf YouTube mal vorbeischauen lohnt sich auch auf jeden Fall. Genau... Und das ist halt... Ja... Es wird da auf jeden Fall nicht die letzte... äh... Session unseres bescheuerten Dreier-Teams sein. Ja, vielleicht nicht noch mehr... Wir klopften dazu, aber... Lass uns da einfach mal überraschen. Schauen wir mal, dass sich das so entwickelt. Ja, und... Nochmal sorry, ich bin die Quali am Anfang. Das ist halt... Aller Anfang ist halt immer schwer und das ist halt so. Oh, noch so'n ungebetener Gast. Den schmeiß ich noch mal eben raus, der gehört da nicht hin. Ich will doch auch nur in Frieden leben. Aber nicht in unserem Gemü... Nicht im Gemüsebeet! Nicht im Gemüsebeet! Mein Gemüse! Ach nee, ne? Hast du falsches gesagt? Hast du falsches gesagt? Hast du falsches gesagt? Wissen die auf solche Sachen sagen? Ins Katzenklo! Ins Katzenklo! Weißt du, wo das ist, ne? Ja, doch, doch, doch! Ah, geil! Alles gut! Ja, dann hätten wir's! Ich komm nochmal nach da oben auf die Baustelle! Ja, verhaftest du nochmal deine Kinder? Ich verhafte jetzt die Kinder, genau! Oder die Eltern! Keine Ahnung, nochmal gucken! Nein, auf jeden Fall... Mach mal hier so! Ich mach mal so hier, ne? Ich mach mal so hier, ne? Wie war das? Ich mach das Zeichen für Piese? Ja, genau! Ja, genau! Ich hab das Zeige Frieden! Das Zeige Frieden, genau! Mit gezogenem Schwert! Ja, ich... Ich wünsch dann allen, die jetzt tapfer durchgehalten haben, ne gute Nacht! Die, die das auf YouTube schauen sollten, äh ja, angespannt... Einen angespannten Nachmittag, genau! Nein! Einen entspannten Nachmittag, oder einen schönen Abend noch, oder... Meinetwegen auch wunderschönen guten Morgen! Ich weiß ja nicht, wenn ihr das alles durchguckt! Einen guten was auch immer! Einen guten was auch immer! Vielleicht auch schon Rutsch ins neue Jahr, wer weiß! Wer dann zu spät noch uns noch findet, oder... Ja, jede Kultur feiert ja irgendwie anders das neue Jahr, was soll's! Ähm... Ja! Was ich da ganz gerne hinzufügen möchte, ne? Also wenn das wirklich nur 150 Jahre mal einer guckt... Man, bist du dämlich! So was würde ich mir niemals einziehen! Das, das musste ich jetzt noch loswerden! Also Entschuldigung, aber... Ja! Ja, also in der heutigen Welt... Also ich glaube nicht, dass YouTube das Video löschen wird! Das wird bestimmt in diesen 50 Jahre da drin bestehen! Netz ist Netz, dann was einmal im Netz ist, kommt nicht mehr weg! Ja! Und auch wenn du das in den Kommentaren lesen! Ja! Wenn du das in den 50 Jahre anguckst, dann will das in den Kommentaren sehen! Also wenn du... Was ist das dann 2065? Wenn du 2065 dieses Video anguckst, dann will das in den Kommentaren sehen! Schreib's rein! Und... Ja! Definitiv nicht der letzte Teil! Mal gucken wann wir weitermachen! Also immer mal schön gucken auf Twitch! TV und Co! Findet ihr aber auch dann alles in der YouTube Videobeschreibung! Genau! Auf Facebook schicken wir euch auch die ganzen Links rum, dass ihr nochmal gucken könnt! Von daher... Und was machst du? Sowas mach ich ja natürlich! Ich spamm sämtliche PIN-Wände meiner Freunde damit dicht! Hauptsache die klicken und gucken! Also ich bin ja dafür, dass ich mir auch die PIN-Wände meiner Freunde nicht spamm! Und wenn ich jede einzelne PIN-Wand voll schreiben muss! Oder jede einzelne Freunde aus der Liste markieren muss! Du krieg geiles Liststück! Du weißt er nicht! Wenn ich schon sonst keine Aufmerksamkeit kriege, will ich wenigstens Klicks auf Facebook! Du scheiß Fluten! Wobei das das Letzte ist, was ich tue! Ich werde jeden Mensch auf dieser Welt mit meinen Klicks voll spammen! Ja, natürlich! Und wehe, die klicken nicht auf den Link! Dann schicke ich denen ja, was weiß ich was... Böse E-Mails! Ja, genau! Ganz böse E-Mails! Ich kauf mich hinten herum ein! Äh, aber du bist ja YouTube-Partner, weil du willst YouTube besitzen! Alles klar! Ich werde erst Twitch-Partner und dann YouTube-Partner! Achso! Ich geh den Weg anders herum! Ja, gut! Dann ist YouTube nämlich nur noch ein Nebenverdienst! So ein bisschen Beibrot! Ich werde kein YouTube-Partner! YouTube wird mein Partner! Wir kaufen das einfach später, aber dazu später mehr! Genau! Dann machst du dazu im nächsten Video mehr, oder? Ja, genau! Also, ne, wenn ihr weiterhin Lust an Pech, Pleiten und Pannen habt, dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten! Wird auf jeden Fall lustig! Ja, genau! Ich wünsch dann noch... Ja! Ich wünsch dann noch was! Ich wünsch euch was! Ich wünsch euch was! Das ist eine gute Kommentation! Genau! Also! In dem Sinne! Genug geschwätzt! Feierabend! Gute Nacht! Einen wunderschönen, was auch immer noch kommt! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!